Von wem? Von mir. Achso, da hörst du aber mich nicht labern, oder? Natürlich höre ich dich labern, wir hören dich jetzt gerade alle labern. Ne. Hallo. Ihr hört mich gerade alle labern. Das ist ja sehr toll. Wir spielen jetzt gerade hier auf Thomas G9. Das ist eine sehr schöne Wäppel. Lala, so ein Wäppel. Ja, wo haben die Chigi gelassen? Wollte bestimmt nicht mehr. Wo wird ein Chigi überhaupt geschrieben? Keine Ahnung. Jigi, Jigi. 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 Gut dann. Das muss man sein. Lol. Das war ein sehr schöner Name von Schizokräg. Schizokräg ist ja, du weißt. Hallo, ich habe einen deutschen Channel. Oder ich spreche auf Österreichisch. Wie auf deiner. Boah, dann versteht man gar nichts mehr. Soll ich jetzt, wenn du da hier aufnimmst, Österreicher sprechen oder? Ja. Ne, bloß nicht. Schluck die Scheiße, Schluck die Schluck die Schluck die Schluck die Schluck die Schluck die. Jetzt. Jetzt. Jetzt geht's auf. Jetzt geht's auf. Jetzt geht's auf. Du weißt doch echt, was passiert, wenn man in Österreicher oder in Tiroler, sagen wir mal so, ne? Mit einer leeren Cola-Dose in den Wald reinschmeißt, ne? Gibt's ein Echo oder wat? Ne. Der kommt nach 10 Minuten mit dem Auto wieder raus. Loil. Loil. Boil. 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 Was sind denn alle? Man Äh Ja wohl, schön Sehr gut gesehen Ja, um gut zu nur sagen Everything would be good Ich geh mit Harry schon mal rein Harry, schönen Gruß von Harry, vom Scham Harry Nein, nein, nein Nein, nein Luka Bitte, bitte Was ist das? Da Nein, nein, nein Ah, ich bin tot Ich bin tot Fürst ist Gah Das war ein Dreckschwein, ey Ach, verloren So So Umweg Da ist noch einer, da ist noch einer Ich hab da ein Schild, ja? Ich hab auch Schild Ist einer in der Mitte? Ne, noch nicht Schild Oh, noch ein bisschen Ne, da war der am Hüpfen gehen, ey Danke Da ist eine Schild Ach, das ist aber der Richtige, der von der ANAP hüpft Juhu, ich hab auch ne Garnate von den Händen überhaupt nicht gebraucht Du ja, Hatschein Mago, hast du keine abgekriegt oder was? Nee Das spiegelt mit Anfang an mit der Waffel hier Das wird jetzt nicht nochmal klappen, aber Wie schnell läuft der? Wieso holt der mich ein? Das geht doch gar nicht Da ist einer links, glaube ich, durch Toll, diesmal krieg ich keinen ab Ich auch nicht, mach da nix los Nö Wird welche wechseln, oder? Was? Ich renne so viel rein von meiner Herr, kann ich nix verkehrt machen Musst du? Was war das denn, Alter? Boah, das siehst du nachher aufm Video, wie die hin und her springen hier Ja, weil die gerade im Äpfelzeichen sind Wie willst du denn einen treffen? Naja Woher 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 Wer Oben müsste frei sein, weil... Ist die oben? Oben... Das muss ich jetzt auch nicht langsamer sein. 4 zu 1 ins, I draw an apple. 4 zu 1 ins, I draw an apple.